Und wenn wir uns heute im Bett liegen, dann wird es richtig weh tun, morgen auch, übermorgen auch. Ich kann aber nur sagen, von meiner Seite, ich bin brutal stolz auf uns. Wie geht es dir, Silas? Mir geht es bestens. Ich hoffe euch auch. Wiener Verwelle durch, Zentrum schließen, auf die Pressingauslöser gehen, seid laut selber, den Raum nicht so groß halten, Silas, nimm dich zurück, wir stehen sieben Meter so hoch. Okay, und direkt laus, danke wenig Bälle. Kommt, go! Gut reicht, gut Silas! Okay, das war's, los geht's! Oh, Reiki! Okay, okay, 1-1! Ja, jetzt ist es… Nein, es ist 1-1! Ja, wir müssen rein! Wir sind total! Okay, bis 2! 1-1 ist okay. Holland, Deutschland, 1-1! Morgen geht es um eine Sache, das geht nicht um die Saison, sondern es geht um die Saison, es geht um eine einzelne Spiel. Das ist ein Spiel, das ist einmal 90 Minuten. Wir sind die U19, wir sind jetzt hier, das ist unsere Mannschaft. Am Endeffekt habe ich ein paar Sachen drum herum geschrieben. Grün bedeutet, hier bleibt bei uns, das ist was wir beeinflussen können. Das ist der Plan, das ist wie wir den umsetzen, das ist wie wir uns gegenseitig unterstützen. Das hier ist alles Sachen, die können wir wahrnehmen, aber die sollen nichts bedeuten. Wir spielen da ein großes Stadion, ist für das eine oder andere erstes Mal. Da werden viele Zuschauer sein, ist klar. Wahrnehmen, abhaken. Widerstände, die während der Laufenden des Spielbescheines kommen, das kann man nicht vermeiden. Wir haben die oft gehabt, wir haben aber auch gezeigt, und der eine oder andere hat das auch ein Interview gesagt, selber, auf unserem Instagram-Kanal, wir sind in der Lage immer wieder zurückzuschlagen gegen Widerstände. Wir liegen zurück, wir kommen zurück, wir waren schon raus, wir kommen zurück. Spielweise, unser Gegner wird brutal unangenehm sein. Annehmen lassen, geh nicht darauf ein, bleibt die ganze Zeit bei uns. Wir haben ein Shield, wir wollen nach Schweiz, wir wollen nach Bayern, wir wollen unter der Liste 4 stehen. Wenn wir einen Plan morgen umsetzen und wir verstehen, alles wahrzunehmen, aber liegen zu lassen und nur bei uns zu bleiben, dann könnt ihr euch morgen in die Hände nehmen nach dem Spiel und sagen, wir fliegen nach Schweiz. Aber erst, wenn wir das geschafft haben. Versteht ihr das? Ja? Ja? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.